Ein Körper steht in Flammen. Makabre Bilder der Uri Jalloh-Initiative. Es ist ein Kunstkörper, der hier brennt, doch so muss es ausgesehen haben, als Uri Jalloh in der Polizeizelle starb. Und das sei nur mit Benzin oder anderen Brandbeschleunigern möglich, erklärt der britische Brandsachverständige Ian Peck. Sie können so ein Feuer nicht entfachen, indem Sie einfach Ihre Kleidung anzünden. Damit würden Sie niemals ein Feuer solchen Ausmaßes verursachen. Brennende Baumwolle würde nicht so auf den Körper übergreifen, auf die Matratze. Sie würden niemals diese Brandspuren bekommen. Nur mit zweieinhalb Litern Benzin war es den Sachverständigen möglich, den Brand so anzufachen, dass das Ergebnis den Bildern aus der Todeszelle gleicht. Haben also die Polizisten, die Jalloh hier einsperrten, ihn angezündet? Uri Jalloh muss vor seinem Tod schwer misshandelt worden sein, sagt die Gerichtsmedizin. Sollte der Brand Spuren verwischen? Möglich. Die Journalistin Margot Overath hat auch andere Fälle von Polizeigewalt in Dessau nachgewiesen. Im Verlauf meiner Recherche habe ich herausbekommen, dass es spezielle Foltermethoden gab bei der Polizei. Und es gab auch einen Wagen, einen Verprügelungswagen. Da wurden die Opfer reingebracht, die Renitenten. Die kamen also heil rein und kamen verletzt wieder raus. Auf der Dessauer Wache waren offenbar schon 1997 und 2002 Gefangene mit schweren Verletzungen gestorben, einer in derselben Zelle. Auch diese Verfahren eingestellt. Eine unselige Kumpanei von Polizei und Staatsanwälten, um drei Tötungsdelikte zu vertuschen? Ich glaube, dass die Wahrheit nicht als Licht kommen sollte. Ich glaube, dass die Polizeiwahlen geschützt werden sollten, die Institution der Polizei sollte geschützt werden. Und es sollte auch nicht näher nachgesehen werden, was da in Dessau schon passiert ist. Die Uri Jalloh-Initiative hat nun die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt angezeigt, wegen Strafvereitelung im Amt. Die Ignoranz der Behörden gegenüber aller bisher erbrachten eindeutigen Fakten zwingt uns zu weiteren Untersuchungen. Und insbesondere die Einstellung aller Ermittlungen im Fall von Uri Jalloh durch die Justiz von Sachsen-Anhalt ist in keinem Punkt nachvollziehbar. Kann ein mehrfach gefesselter Gefangener an ein Feuerzeug gelangen und eine feuerfeste Matratze entzünden? Die Justiz in Sachsen-Anhalt will die neuen Erkenntnisse nun prüfen. Da sind viele Fragen offen.